Herzlich Willkommen liebe Zuschauer zum DAX-Check. Gestern ging es zeitweise in Richtung 13.800 Punkte. Vergessen scheinen alle Krisenherde. Unterstützung kam natürlich von den Zahlen auch. Wir sind aber dann etwas zurückgekommen. 13.662 am Ende. Also nur noch ein kleines Plus sage ich mal. Aber wir sind weiterhin komfortabel oberhalb der 13.5. Da schauen wir uns jetzt mal an, was da die Charttechnik uns sagt. Wie gesagt, das ist die psychologisch wichtige 13.5. Wir haben gestern dieses Gap geschlossen bei 13.749. Also das immerhin schon mal positiv. Aber im ersten Moment, was auch jetzt nicht groß verwundert, sind wir da mal zurückgekommen. Man muss bedenken, wir waren Mitte Juli noch bei 12.400 Zählern, jetzt bei 13.800. Das ist schon mal ein Pfund und da kann man auch mal mit Gewinnmitnahmen leben. Denn heute Zahlen von der Allianz waren jetzt ja so lala operatives Ergebnis über den Erwartungen. Aber ein Gewinnrückgang relativ deutlich. Der Vorstand hat aber trotzdem die Jahresziele bestätigt, was den operativen Gewinn angeht. Also das lässt einen zumindest mal zuversichtlich in die Zukunft blicken, was das Thema Dividende betrifft. Dann haben wir noch Deutsche Post gehabt, sehr stark unterwegs. Hier sehen wir es, Allianz. Am Freitag, äh, am Freitag, gestern noch 180 Euro, jetzt nur noch 175. Wie gesagt, das war alles nicht so berauschend. Deutsche Post, da war es richtig gut und deshalb fehlen hier noch die Kurse. Ansonsten, wie gesagt, an einem Freitag eher weniger los. Wir schauen auf die andere Seite. Aber wenn ich mir das mal so anschaue, unsere Siemens Helsing ist mittlerweile über 51, so wie gedacht. Mit der Tochter geht auch Siemens über die 109. Auch hier positiv. Monovia gestern schon sehr schwach. Auch jetzt, heute wieder nur noch 30 Euro. Thema Cashflow und Thema Verschuldung natürlich hier ein Thema. Ja, der DAX 13,645. Relativ unverändert, so wie auch die Indikationen schon gewesen sind. Das Produkt daher leicht natürlich zurückgekommen. Wir waren gestern schon bei 15,50 Euro oder noch höher. Jetzt bei 14,80. Diesen Plus von, ja, 10, 11 Prozent, das wir da sehen. Wir lassen die Empfehlung auf jeden Fall erstmal laufen. Stoppkurs ist platziert. Haben Sie sicherlich alle jetzt im Heft gelesen, wo der liegt. Ansonsten wünsche ich Ihnen gute Kurse für den heutigen Handelstag. Am Nachmittag, ja, müssen wir noch draufschauen um 14.30 Uhr. Arbeitsmarktbericht aus den USA. Da kann es nochmal spannend werden. Thema auch Inflation. Also hier nochmal reinschauen. Wir werden Sie natürlich informieren, wenn es da massive Auswirkungen auf die Kurse geben wird. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Es soll ja ein bisschen kühler werden. Angesichts der Hitze der letzten Tage sicherlich nicht verkehrt. Sie bewahren hoffentlich auch einen kühnen Kopf. Und ja, bis Montag. Tschüss.